FIRE! Moin Leute, was geht? Willkommen zu Fortnite Season 3 Woche 2 Hier mit der Herausforderung bei der alten The Yacht Hierbei müsst ihr Deadpools Schwimmhilfe finden Ja, einfach hier runter Das Ganze könnt ihr entweder im Solo-Duo-Squad oder auch im Gruppenkeil-Modus verlösen Hier ist zum Beispiel eine, einfach Viereck einsammeln Und dann noch zwei weitere und schon habt ihr die Mission auch schon fertig So, wir suchen mal eben schnell welche hier Und dann die Und da ist eine zweite, genau in der Mitte quasi Und da ist eine zweite, die wir uns wiederholfen Und da ist eine zweite, die wir uns wiederholfen und hier ist die letzte schwimmhilfe quasi eine war ungefähr hier eine da in der mitte und eine hier genau so und das war's wieder mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal rein bis zum nächsten mal